Haben die Bögen? Ja klar haben die Bögen. Oh Junge hat das wieder gelaggt ne? Petri du standst eben noch neben mir alter Du bist ein richtiger Zauberer Junge Boah ich bin richtiger Merlin Richtiger Hey ihr Jimmys Vaskedab Hier ist Pedale und Petri da verarspille ich mich mal kurz Wir spielen heute Bad Wars Ne wirklich? Doch wir spielen Bad Wars Ist das der selbe Dude von eben? Ne hat den aber fast nicht so einen ähnlichen Skin So Ja mach ich mach ich mach ich Ja ich bin dabei ganz ruhig so Gott alter Ich bin eine Maschine Und ich arbeite mich da vorn Ich bin eine Maschine Und eine Maschine mit dir So Ich hab keine Blecke mehr Blay Ja ich bau mal weiter Magst du das wenn ich ne Wendeltreppe Weißt das Wendeltreppe Und einfach straight in die Mitte Ja ist egal Ja okay gut Wir rasieren ganz schnell okay Ja okay Aber du musst auch schnell rasieren mein Freund Ja ich hab keinen Rasierer It's all about the Rasierer Wir brauchen Blöcke Na Schub Schon wieder? Jaa Oh Gott oh Gott Die anderen sind schon fast da Oh die sind schon da Oh Gott nein Habt ihr eigentlich Schwerter? Wo habt ihr eigentlich Schwerter her? Die hab ich mir gebastelt alle aus Holz Bekennt ihr noch von der Grundschule Diese Bastelschere Mit diesen Wellenformen Dings Booms da Oh Junge die haben nie was durchgespielt oder? Ja ohne Witz Das war für mich voll die Voll die Goldverschwendung Nein Schlar war ich da Was da für Gold bezahlt du Bauer Alter Normal Alter ich hab früher In der Klasse immer Oh Mann Mann Komm mit zu rot Komm mit zu rot So einfach Ja ich komm ja schon Ganz entspannt Als ob jetzt Verpieß dich doch mal ey Töte den Ja nice Kommt vor Kommt vor Kommt vor Grün Junge warum Oh Mann Was denn das für ein Teammate Alter So ein Jimmy Ich komm aber in die Mitte Mit Schwert und Schild Und beschütze Und beschütze Doch nö Alter Nö Vor allem von soem Doktor Bangskin Alter Du wirst doch mal eben rasiert Alter Ah ich auch Hinten auf dem Arsch hab ich was bekommen Wunder Unser Teammate ist auch so ein richtig Larry Alter Wir dürfen eigentlich gar nicht Ähm Ja wir müssen Mal Hier Full Equip mal gehen Ach Gott ne Gott Unser Bett ist auch nicht eingebaut Ach ne 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 Warum sind die neuen Maps 4x3 Und nicht 4x2 Stimmt eigentlich Weil du hast immer so nen Randy dabei Ich mein ich hab nichts gegen dich Oh Kram Ich weiß nicht den Namen weiter Aber Die Sache ist die Wir können uns nicht absprechen Ja Ja Und das ist der Und der spielt halt auch wie ein Jimmy Und das stimmt auch Weil der Kommt noch dazu Weil der kauft sich ja Jimmy where Und mal huste Richtiger Boy Oh Gott Oh Gott Bitte bitte sei tot Ich bin eh tot Ne du bist tot Ich bin tot ne Ja Bist du immer noch am Kämpfen Ja ja ich bin immer noch am Kämpfen Ja ich bin tot Ich bin echt Richtiger Boy Und du stehst du schon seit 5 Minuten Ich hab die ganze Zeit Ich hab die ganze Zeit So Alle Jede Minute sagen wir mal so kurz 10-15 Sekunden lag Wo ich nichts mach Wo ich Jeder sich nicht bewegt Oh Gott Und ich weiß nicht das hat Felix Die ganze Zeit gerade eben Das wir mit ihm aufgenommen haben Oder ich mit ihm aufgenommen hab Der hatte den Virus alter Der hat mich eingesteckt man Felix So pass auf Ich kauf mir jetzt gar nichts mehr Ich geh jetzt rüber zum blauen Rasierer Also machen wir hier ne Die Taktik der Der Kanaken Die Rasierer Taktik Warum sag ich die Taktik der Kanaken Was soll das Boah Junge Warum sagst du da was Kleiner Frechtax Ich geh Gehst du eigentlich regelmäßig trainieren? Ja man Als ob Ich bin schon 43er Bizeps Ne aber gehst du mit Palle auf trainieren? Geht du auf? Ja 3 mal in der Woche mindestens Miese Alter Also miese geil Also korrekt Na Junge Alter Unwitz Palle Wird der nächste Wer kommt da in unserer Base Ich kann mich nicht bewegen Vor allem Alter Oh Boah das sind ja richtig die Jimmy Taktiken Weißt du wie er kommt? Weißt du wie er kommt? Guck dir das an Er rennt und baut dabei Um schnell so hoch zu kommen Das ist aber ne nice Taktik Hab ich noch nie gesehen Ich hab's einmal gesehen Und ich fuck mich darauf ab Weil das sind diese Taktiken Die macht man bestimmt selber gerne Weil man damit Leute abfucken kann Aber wenn das jemand bei mir macht Boah Gott krieg ich nicht Dann gehst du schon mal ab oder? Dann rastest du schon mal aus Ja das so oder so Das sowieso Richtiger Boy Gott Leute Wir könnten uns bis Komm wir müssen jetzt mal zusammen Jetzt hier irgendwo hinlaufen Ne müssen wir nicht Wer hat dir das erlaubt? Hallo? Wo bist du denn? Immer dieser Peterlo Komm wo bist du? Wo bist du? Ja ich bin in der Base Ich esse nen Apfel Weh du isst noch nen Apfel Alter Der schmeckt halt lecker Und der Teammate ist wieder am Kämpfen Und alle hängen auf der Stelle Und Oh Gott die haben schon nen Bogen Da glaub ich wieder zurück Ich bin jetzt in der Mitte glaub ich Jo bei mir stehst du immer auf der Stelle Ah Oh 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 Gott Ich kann mich nicht bewegen Ich bin einfach immer Ich brauche Fettritt Was ist los? Komm mit komm mit Ja mann Domme Fettritt alter Komm jetzt schnell Ja mal halt Den komm ich Oh den komm ich weg Wo ist der andere gekommen? Es lag bei mir jetzt genauso wie bei dir Och man das kannst du komplett verknicken alter Also es lag eigentlich liegt sein Gomme Bist du in der Mitte? Ja ich kämpfe gerade gegen Oh mein Gott Abstauben Abstauben Ich hab nur ein Herz Und hab beide Also quasi Nicht alleine beide Aber ich hab die Deren Eisenschwerter und Bögen Es kann doch nicht wahr sein Es kann nicht wahr sein Ich hab mir jetzt nur ne Spitzhack Alter Hast du was zu essen? Bist du am Recken? Wenn Gomme es mir erlaubt Bei mir stehst du schon wieder da Ja ich hab 10 Äpfel gegessen Aber der reckt nicht Der Fähreckt Gomme Ach jetzt weiß ich warum dein Ah ok 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 Hast du nicht gestern das Problem auch? Was denn? Ja gestern hatte ich das Problem auch Genau Ah jetzt weiß ich Ah Gott Alter Es ist richtig das Gemetzel hier Warte du bist grün Ah das ist unser New Boy Boah ich bin bei blau Petrit Ich bin bei blau und hier ist keiner Petrit Bei blau hast du dich hoch gebaut Ja mach mal das Bett weg genau und ich kämpfe die Wenn ich einen blauen sehe dann staub ich den ab Boah die kämpfen ja alle in der Luft als wären die Super Saiyajin Jaaaa ich hab das Bett Petrit Ja ich weiß ich versuch die mal zu töten Ich hab dafür wieder zugebaut alter Na la 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 li da Hier ist ja keiner bei denen in der Base Ja die sind alle hier oben über der Mitte Ok da muss ich mich mal kurz nicht fücken Aber die sind alle hier Ok bitte pass auf dass wir nicht sterben Ich werde sterben Das Bett nicht holen meine ich Oh Gott ich Dem ist ja scheißegal Ich legge wieder Ich bugge Ich bugge Ich legge und ich bugge Nice one Beide in der Mitte ne Echt sind wir in der Mitte Ok einen versuch ich mal zu töten Ja einer ist tot Einer kommt zu uns in die Base Nice one Oh Gott töte ihn Ja ich komm von hinten Ich werde wahrscheinlich sterben Kommt ihr denn entgegen Ja warte Und ist er runter gefallen Nein Nein egal 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 Er kommt wieder zur Mitte Ja ich hatte eh kaum Herzen Alles cool Sehr schön Oh unser Random hat nen Bogen Aber wir haben ihn unterschätzt Wir haben ihn wirklich unterschätzt Und das sollte man nicht tun Ne das überhaupt nicht Vor allem Ich geh da die ganze Zeit mit Level 1 Schwerter Ach ne Gomme Aber warum wir schieben die Schuld alle auf Gomme Der kann dafür bestimmt gar nix Der hockt gleich gerade Ok blau ist auch tot Ja Ich beobachte das ganze Spiel von hier oben Mann Alter ich bange hier rum Es kann doch nicht sein Wo bist du Boy überhaupt In der Base Im Hauptversum In der Blaze In der Blaze In der Blaze bist du Du bist erst ein Block Okay es ist noch gelb da Wenn du Down mit uns bist Pew Pew Hier ist noch gelb da So zack Jetzt bin ich in der Mitte Alter Dieser Block Er ist ein Schmack Wusstest du dass Blöcke In der Mythologie Eine wichtige Rolle hatten Was denn Also die waren halt zu glauben da Bitte Gib mir Essenoma Bitte Oh ne es leckt wieder OhNnööööööööööööööööööööööööööööv Junge bitte gib mir Essen. Mir? Was ist denn mit dem Boy da? Bitte gib mir Essen. Versteht ihr das nicht? Hast du es geschrieben? Ich sag Essen, Essen. Ja, hab ich. Okay. Wollte ja schon sagen, dann machst du den Jungen hier von der Seite schief an und schreibst das nicht mal. Okay, machen wir noch mal ein bisschen Essen. Du bist... Wer ist gestorben? Nee, keiner von uns. Keiner von uns. Keiner von uns. Jetzt komm mal in die Mitte, Alter, langsam. Ich brauch echt mal was zu essen. Ja, okay, ich komm mal mit. Bitte, 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 bitte. Ich brauch Essen. Du brauchst nicht öfter zu sagen. Davon werde ich nicht schneller. Doch, ich brauch Essen, Essen, Essen. Guck mal, wie schnell du bist. Du backst schon wieder. Ja, ich weiß, ich weiß gar nicht. Was ist mit dem los mit dem Boy? Ich bleib auf der Stelle. Du bleib auf der Stelle, ne? Ich drob ein bisschen. Oh, nö. Ich hab jetzt einfach hier auf den Weg ged... Oh, gra... Oh, Gott! Junge, ich hol mir das mal ab. Du hast es wieder, du hast es wieder im Winter. Geweck da, geweck da! Gönn dir frisches Schweinefleisch. Haram! Nice one. Hashtag Haram. Hashtag Haram. Ich hab sechs Gold. Ich hab vier Gold. Das macht zusammen. Wie viel kommt? Zehn. Zehn. Oder? Warte. Ja, ich hab in der Schule aufgepasst. Nice. Das hat mir was gebracht. Ich kann nicht... Nice! Uhu! Hihi! Haben die Bögen? Ja, klar haben die Bögen, Alter. Oh, Junge, hat das wieder geleckt, ne? Petri, du schandst eben noch neben mir, Alter. Ja, die Sache... Du bist ein richtiger Zauberer, Junge. Boah, ich bin ein richtiger Merlin. Richtiger... Du bist echt ein richtiger Merlin, Alter. Hokuspokus... Kartoffelbrei, flieg her. Okay, einer hat... Einer hat... Ich weiß nicht. Einer hat gelieft. Ich wollte früher... Junge, was wirfst du? Du hast das Gold hingedroppt, Alter. Was ist los? Hab ich gar nicht. Junge, doch. Als ich früher ein kleiner Pisser war, ne? Also mit sechs und so, wollte ich immer die Blocksberg wegflanken. Du bist so ein Jimmy, Alter. Ey, warum bagge ich hier jetzt nicht rum, Alter? Junge, wo bist du eigentlich? Aber weißt du, wenn ich... Kennst du die Serie Zoe 101? Ach Gott, Alter. Kennst du die? Richtiger Boy. Kennst du die? Nein. Kennst du nicht. Das war früher eine Serie. Oh, Junge, hab ich den weggekommen. Wow, Alter. Wo bist du eigentlich? In der Mitte und hab gerade einen gelben weggefickt. So, pass auf, ich will jetzt Enderpearl. Also, wenn die Leute, wenn ihr Zoe 101 kennt, diese Blonde da aus der Serie, die wollte ich immer wegflanken. Ich hab mir so Träume geschoben früher. Dass ich vielleicht mal auch... Junge, ey, warst du denn da, als ihr Träume geschoben habt? Bist du ein Joey, Alter, oder was? 11 oder 10 oder so. Richtiger Boy bist du, Alter. Das Lustige ist, warum wollte man früher einen flanken? Also, wieso wollte ich immer einen flanken, wenn ich nicht mal wanken konnte? Ja, als ob du dann... Ja, genau das ist das Ding. Als wenn du schon so weit denken konntest, Bauer. Aber du hast halt... Man hat damals auch noch Erektionen verspielt. Also, ne? Also, so ist es... Boah, ich hatte mit lockerem... Ich weiß gar nicht... Mit 7... Oh, Patrick, ich muss überleben, bitte! Mit 7 hatte ich locker schon Ständer und so. Ja, als ob. Ja, natürlich. Als ob, Patrick. Das weiß ich selber. Du laverst wieder. So, komm jetzt hier. Wo sind die, wo sind die? Ja, die sind da auf dem Pfad des Weges. Oh, ist der Weg, der? Ach, die sind nur zwei von denen. Okay, lass mal spielen. Da ist ja keiner. Wo sind die? Boah, ich bin... Die sind gar nicht in der Base. Boah, ich werde hier rumgeboten wie irgendwie. Wo laufe ich denn überhaupt hin? Wo laufe ich überhaupt hin, Alter? Da sind die. Oh Gott, ich habe eine Enderpearl, Patrick. Kommst du mir hinterher? Ja, ich muss halt rennen, ne? Na gut, dann rennen jetzt. Renn. Renn vor. Boah, yo, Alter. Yo, der spammt durch, damit wir nicht kommen. Ja, ich habe... Ja, bau das Bett bitte ab. Nein! Als ob. Ja, es geht mich gerannt, ne? Das ist richtig doof. Der bau spammt da jetzt die ganze Zeit. Das war auch richtig dumm von mir gemacht. Ähm, ich glaube, ich bang wieder. Oh, ich bin tot. Oh nein, Patrick. Ja, ich bin tot. Oder? Patrick, die sind nur zu zweit, Alter. Das müssen wir eigentlich locker easy schaffen. Also, nach meiner Vorstellung, eigentlich habe ich das Bett abgebaut. Aber Gommel lässt natürlich wieder nicht zu, ne? Wie, du hast das Bett abgebaut? Hast du wieder gelaggt, oder? Ja, ich habe wieder gelaggt, halt. Ich dachte, ich hätte das Bett abgebaut. Och, Patrick, Patrick, was machen wir mit dir, Alter? Ich glaube, abschieben, ne? Das wäre die einzige... Abschieben, genau! Du, Boy, Alter. Aus meiner Behörde, komm. No, fuck, Alter. Wo bist du denn jetzt? In der Mitte? Nee. Bin ich hier Roudini, oder was? Ja, doch, du backst doch die ganze Zeit schon wieder hier. Das wäre ich so, das ist ein Gucu momentan eine Teleportation, ey. Betreibt doch wohl, Alter, am K. Ja, ich back hier, ich lege hier wieder rum. Also, es liegt ja an meinem Internet. Ich habe professionelles YouTuber-Internet. 100K-Leitung. Das kann nicht an mir liegen. So, Alter, ich bin durch. Ich bin durch, ich bin durch, ich bin durch. Junge. Ja. Von mir, da denke ich, wäre so ein PvP-D. So, Junge! Nice. BAM, ALA! Dabei habe ich es drauf. Hau dir ab, ja. Ich komme entgegen, Bruder. Ich komme entgegen. Nice, wir haben es geschehen. Aber warte, der mit dem Banks, Dr. Banks-Kind ist noch im Leben. Wo ist der denn? In der Base. Bei uns? Nee, bei ihm. Ach, der ist runtergefallen, oder was? Nee, der chillt hier, irgendwo oben. Ach, da oben chillt der Boy. Der kleine Boy. Du lebst mich nicht. Ah, ich bugge ihn wieder. Ich wollte schon sagen, hat er mich nicht bemerkt, wie ich in deine Base reingehe? Alter, Petrit, du weißt gar nicht, was du tust, oder? Oh, hier ist er. Ich kämpfe gegen ihn. Oh, und er ist tot. Nice, Alter. Auch Petrit. Ah, so muss das sein. Nice, Alter. Wie aber Petrit heute gebuggt hat, da muss man sagen, GG. Leute. Junge, richtige Challenge. Ja, das war Minecraft Bad Wars. Das war für ihn quasi eine Challenge. Es hat aber auch richtig viel Spaß gemacht. Wenn es dir gefallen hat, sieh auf jeden Fall mal ein Like da und schau das nächste Mal wieder rein. Und schau natürlich bei Petrit, das ist unten in der Videobeschreibung. Haut rein. Haut rein. Tschüss. Tschaußen.